SRF, Schweizer Radio und Fernsehen. Wir sind Heimat und Fenster zur Welt zugleich. In Information, Kultur, Sport und Unterhaltung. Unsere Qualität setzt Standards. Unter dem Dach von SRF senden drei Fernseh- und sechs Radiokanäle fast 80.000 Stunden Programm pro Jahr. Wir begleiten das Publikum rund um die Uhr. Auf unserer Website srf.ch ist jeder sein eigener Programmdirektor. Wann und wo auch immer. Ganz nach persönlichem Interesse. SRF ist im ganzen Sendegebiet zu Hause. Mit Hauptstudios in Zürich-Leutschenbach und Brunnenhof. Sowie Basel und Bern. Hinzu kommen vier Regionalstudios. Unser dichtes Korrespondentennetz sorgt für Informationen aus erster Hand. Direkt vom Ort des Geschehens. In der Schweiz und in der ganzen Welt. Wir berichten umfassend, sachgerecht und unvoreingenommen. Bei uns kommen unterschiedliche Stimmen zu Wort. Wir bündeln die Fülle von Informationen so, dass sich das Publikum eine eigene Meinung bilden kann. Kultur ist uns wichtig. SRF produziert viele Kinofilme mit und sendet über 200 Schweizer Filme pro Jahr. Schweizer Musik prägt das gesamte Radioprogramm. Das junge Radio SRF Virus spielt gar über die Hälfte Schweizer Songs. Wir sind nahe beim Publikum. Biedelütt, urban und lokal. Ob Volkssport schwingen oder Mundartrap. Allein mit unserem Sommerprogramm besuchen wir rund 50 Dörfer und Städte aller Regionen. SRF Schweizer Radio und Fernsehen. Wir bewegen die Schweiz. ARD Text im Auftrag des ZDF für funk, 2017 ARD Text im Auftrag des ZDF für funk, 2017 ARD Text im Auftrag des ZDF für funk, 2017 ARD Text im Auftrag des ZDF für funk, 2017 ARD Text im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.